Ich will keinen Krieg. Ich will nicht, dass die Polarkappen schmelzen. Ich will nicht 24 Stunden am Tag arbeiten. Ich gehe weg. Ich mache eine Pause. Dein Vater hat einen Atomschutzbunker im Garten? Das ist nur für den Fall, hat Papa gesagt. Für die Katastrophe und alles. Ist jetzt bald Schluss mit dem Krachen. Ich rufe gleich die Polizei. Stellst du dir nie Fragen über das hier? Die Welt, die Zukunft, morgen und alles. Aber nicht jedes Mal, wenn ich was sage. Nicht jedes Mal, wenn ich Atem hole. Nicht jedes Mal, wenn ich... Das lernt mich total. Du findest also, die Zukunft ist nicht dein Problem? Ich gehe von hier in Salvador. Dein Bruder ist ein Star.